Ah, Löcheln, Eber, Nausen, Daraus und Dabben, ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde. Gleich aktuell Nummer 4. So, wir haben hier einen Zombie. Und der Trial Key ist jetzt attuned. Zu Zombies. In Advanced. Advanced heißt natürlich, dass der... Äh... Jetzt, ähm... Durch das Modell, durch das Model so ist. Dass er so attuned ist. Das heißt für uns aber auch, wir müssen dann jetzt die Arena bauen, sag ich mal. Dafür. Die 15x15 sein muss, tatsächlich. Ähm, da bin ich gerade überlegen, wo wir die hinbauen. Ich hab keine Ahnung. Ach, da war ein bisschen viel vielleicht. So. Ähm... So, dann nehmen wir uns eine von den Moles raus. Legen die da rein und hauen dort Ferroboron da drüber. Dann kümmern wir mich den nächsten. So, und im Prinzip. Ich muss erst mal kurz gucken. Was ich das mache. Wir müssen aufpassen. Wir müssen nämlich, wenn wir noch Glowstone haben. Da haben wir aber noch 6. Das ist gut. Ähm, wir dürfen mich kein... Das erklär, erklär ich gleich auch. Wir dürfen keinen Block da drüber haben. Das heißt, wir müssen eine flache Fläche haben. Ähm, wir nehmen die Small Tiles. Dafür. So, wo brauche ich den denn hin? Das ist das Problem. Das ist das Problem. 15x15 muss die Fläche sein. Können sie theoretisch, äh... Können sie theoretisch hier hinbauen. Hier neben. Dann mache ich auch. 15x15. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch einen Rand machen. So, brauchen wir noch einen Rand. Ich glaube nicht. 1, 2, 3. So, dann haben wir 4, 5, 6. 9. 11. 12, 13, 14, 15. So, das ist im Endeffekt das. Und der macht komplett so ein, ne? Du bist so ein Stück direkt, ne? Mach doch denselben da hin, du Lump. Weil ich komplett so eine Tasche habe. Wahrscheinlich. Der Sack. Warte mal, da machen wir mal. Nehmen wir den. Den hauen wir mal kurz klein. Was macht das jetzt? Was macht das jetzt? Verarschen? So, da ist er noch ein Stück. So, der M6, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20. dann müssen wir dann jetzt halt so bauen von hand dann ist das halt so so dann bauen wir hier einen rand drum eine kleine mauer da drum so 7 wird er noch direkt hier anfangen mit links machen wir mal 1 2 3 4 5 4 vom rand haben wir dann schon mal ein glowstone rein da auch 4 vom rand 3 3 4 wir haben jetzt 1 2 3 4 5 6 7 das heißt wir sind jetzt bei 10 das ist eine ziemlich große fläche tatsächlich mein mann kann ja auch woanders hin bauen natürlich man kann ja auch unten hin bauen wenn man möchte da gucken wir gleich wir sind sie bei 10 13 13 15 fast genau so wir hatten 2 genau 2 da und 3 da 2 3 hier so so hier noch einen hin hier noch einen hin so damit haben wir das im endeffekt fertig hier oben ist egal da können wir ruhig Fackeln drauf stellen das wumpe das hat nur damit zu tun damit die da die mobs nicht abhauen können im endeffekt das hat nur mit Noahs das hat nur mit einer und an die das hat ja die 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 wir müssen dann gleich noch den keystone bauen ist auch wichtig er sagt uns auch ob das passt mit dem gebiet hier im prinzip ist das eine arena die man baut ist ja wirklich so man kann die natürlich auch um einiges schöner bauen weil sie ist halt eine arena so will ich sie auf jeden fall nennen aber ich baue halt immer meistens funktionell das wisst ihr ja sowieso und ich habe tatsächlich vergessen dass man hier im endeffekt auch noch einen frei lässt brauche ich dir jetzt noch einen weiter dann ist er zwar nicht mehr ganz symmetrisch mit dem close zone aber who cares alles nur wenn man fliegen kann im prinzip weil die glitsch rüstung die lässt er nämlich fliegen und als android kann man ja nicht fliegen also wenn man android wird also von natur aus kann man ja nicht fliegen da muss man halt eine andere rüstung drüber ziehen und das wird dann die glitsch rüstung sein die glitsch rüstung Lumlui Ich glaube nämlich tatsächlich, dass man Dingensbau gar nicht braucht Ich merke gerade, ich hätte die tatsächlich noch ein weiter setzen können, egal Weil jetzt würde ich das natürlich so machen dass ich hier im Endeffekt zubaue Da eine Tür und später rein mache Also Ich würde es dann so machen Was ich dann hier Hier und dann hier später halt eine Eisentür oder so rein mache Aber wir brauchen jetzt erstmal einen Keystone Da brauchen wir einen Trial Key Den müssen wir noch bauen Zwei Diamanten und so weiter Weil das auch nicht das Problem ist Das heißt, wir bauen uns einmal kurz ein Trial Key Also normalen Da brauchen wir eine Ender Perle für Wir brauchen sowieso Ne, wir brauchen keine Okay Wir müssen mal kurz gucken Was hier noch so drin ist Oh Da war ein Krepel Da war ein Krepel Ein Android Auch gut Advanced ist immer besser Tatsächlich Noch ein Krepel Noch ein Krepel Noch ein Android glaube ich Unabhängig Wondering Oh Er hat halt Farbe getrobt Astrein Bin begeistert wenn sie aber halt in die farbe und ein phaser rifle wieder normales aber nicht schlimm tatsächlich so wir brauchen eine innerperle habe ich gesagt wir haben keinen die ganze kein lockback immunity weiß gar nicht genau wir brauchen jetzt noch das komische gelumpe davon hatten wir auch noch welche glaube ich irgendwo da also müssen einmal kurz da unten drauf knüppeln oder so ne vier eisen genau welche ich noch niemals habe ist auch geil ich habe jetzt vier eisen frech da haben wir noch ein kurzer brot rein da können wir dann mal anmachen wieder warum habe ich jetzt nur noch drei die verarschen da haben wir die auch warum habe ich jetzt nur noch drei hä ich hoffe nicht vier gehabt ah was sagen so die dritte im prinzip die letzte die können wir auch schon machen weil wie gesagt da brauchen wir nur dieses lithium für was wir jetzt auch schon haben dann brauchen wir davon fünf stück da können wir dieses tafel neu raus auch kein problem so wir brauchen kurz ein eisen haben wir da haben wir das ding das sollten wir sogar auch haben da haben wir einen trial keystone der muss jetzt in der mitte von einem teil hier wo das glaube ich die mitte ist something is blocking der muss zehn ach du scheiße okay die arena hat sich gerade erledigt weil die muss in der luft auch zehn frei haben gut haben wir die umsonst gebaut ist auch schön okay muss zehn die luft frei haben ja das heißt wir bauen die nicht schön weil ich habe keine lust da jetzt die ganze zeit die dingen zu benutzen die muss zehn frei haben ja dann bauen wir sie hier zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn zwei drei vier fünf fünf sechs sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn elf zwölf dreizehn vier vier zählen fähre gerade was ein warte mal ich glaube das geht wohl ich habe was falsch gemacht machen wir machen es ab eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn wand 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 ich hatte was falsch gemacht ne naja zwei drei vier jetzt habe ich gerade keine klar aber ich muss auch noch glowstone gleich haben vier ich hatte gerade ich hatte genau deswegen ging das auch nicht weil ich hatte vergessen die umzustellen vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf zwölf dreizehn vierzehn vierzehn fünfzehn sechszehn und siebzehn ich muss ja die wende mit rechnen ne So Okay, gerade mal da So, alles frei drüber, also Wann sollte es eigentlich gehen? So, wie soll, wir müssen gleich noch Glowstone holen Oder machen So, jetzt muss ich mal gucken Habe ich noch irgendwie genug von dem Zeug? Wahrscheinlich nicht Ja, jetzt muss ich mal gucken so ich weiß ja nicht ob der 3 vielleicht erreicht hat sogar sieht halt immer so schlecht aus so dann brauchen wir eigentlich nur eine glowstone und jetzt können wir mal obwohl ich wohl erst den glowstone scheiß drauf wie sieht das hier aus zombie kaputt schlagen und der dave krepel krepel noch ein krepel wie weit sind wir jetzt überhaupt wir haben 24 840 300 oh das ist auch fast auf advanced skelett ist fast auf advanced und creeper auch wir könnten eigentlich wir müssen 300 skelette äh 300 mal durchlaufen lassen da unten dass er auf expert geht glaube ich so jetzt müssen wir kurz überlegen wie macht man den glowstone na mein gott losstöhne da glowstone äh glaube so ne genau los dann haben wir noch gar nicht so viel mag aber auch daran liegen weil ich gestern äh den dingens vergessen äh letztens äh bei der aufnahme den 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 dingens kirchen vergessen hab zu machen den ähm chunk lauder so äh schauen wir mal ich hatte gesagt ein bisschen zwei abstand und dann drei so zwei abstand und dann drei wäre dann da das selbe so machen wir die mitte mal weg so dann würde ich sagen hier ein noch und dann da ein noch und dann ist gut so und jetzt können wir den den key stone also ah jetzt geht's so damit haben wir's wenn ich jetzt den hier rein tu ich würde fünf pristine zombie meta king dafür aber wir brauchen halt äh den höchsten dafür wir können das mal ehrlich ausprobieren pass auf wir machen das mal äh wir haben auch zombie hier drin das ist halt der gute also machen wir einfach mal machen das wave 1 so erste wave ist durch die trauben auch nix müssen wir zu sagen ich weiß ja nicht ob die zählen zählen die aber die zahlen zählen so ist es natürlich am einfachsten dann die models hochzukriegen fertig so und damit haben wir die fünf pristine zombie meta gekriegt und jetzt müssen wir einen theoretischen nochmal neuen trial key machen ist so und wir können damit theoretisch jetzt das ganze kolumpe hier machen und so habt ihr gesehen wie der trial keystone funktioniert wir haben jetzt mal im kurz auf 240 geprüft was natürlich auch geil ist wenn man so überlegt dann haben wir wieder androiden drin damit kann man es natürlich auch machen skelette kann man es machen man kann es mit allem machen skelette ist jetzt auch advanced hochgeprügelt ähm wie gesagt und so kann man das die ganze zeit machen man kann jetzt theoretisch ganz viele von den trial keys machen und kann dann halt ne die sachen halt machen jetzt haben wir die arena natürlich umsonst gebaut aber ist ja egal mein gott aber so habt ihr gesehen womit man jetzt die trial keys macht jetzt würde ich theoretisch noch einen machen nochmal ne runde machen mit den mit den zombies und dann halt so würde ich den halt höher machen ne umso höher der ist umso mehr chance zum beispiel pristine zu kriegen weil wenn wir zum beispiel den advanced hier reinlegen das werdet ihr es gerade mal sehen warte haben wir schon 11% ich weiß gar nicht ob der tatsächlich auf auf plus 10 macht ich glaube aber nicht ich will nur einen machen ja er macht nämlich immer nur einen aber ist nicht ganz so schlimm aber wie gesagt und wie immer würde ich sagen wenn ich dir voll gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da lasst ein kommentar da ansonsten wieder einen schönen tag einen schönen abend wie auch immer bis zum nächsten mal zu einer runde die factory nummero 4 tschüssigen tschüssigen Vielen Dank.